dieser mercedes benz a160 steht hier zum verkauf der wendige grau kleinwagen hat fünf türen und bietet fünf sitzplätze der kilometerstand des wagens liegt bei weniger als 32.000 kilometern die erstanmeldung bei ende 2010 der kleinwagen verfügt über zahlreiche ausstattungsdetails wie elektrische fensterheber startstopp automatik freisprecheinrichtung bluetooth einparkhilfe und vieles mehr das schaltgetriebe überträgt eine leistung von 95 ps der angegebene verbrauch des benziners liegt bei 6,0 litern pro 100 kilometer kontaktieren sie uns wir beantworten gerne ihre fragen bis zum nächsten Mal